Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Runde Five Nights at Freddy's und im letzten Part tut mir ziemlich neid. Ich glaube, Gott, Gott. Sicher, dass man den Typen nicht doppelt hört dieses Mal in diesem Part, weil im letzten Part hat man den ziemlich stark doppelt gehört und dafür will ich mich sehr entschuldigen, weil das hätte natürlich nicht sein dürfen. Und dann wollen wir nicht lange trödeln, sondern gleich anfangen. Gucken wir alles Zeit. Wir sind bei fünften Nacht und das wird sehr, sehr, sehr spannend. Ja, sehr spannend. Let's get los. Oh, oh, hey, good job, night five. Hey, keep a close eye on the night, okay? From what I understand, the buildings have unlocked down. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. Um, when we get it all sorted out, we made it a day shift. The position just became available. Uh, we don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. Uh, we're gonna try to contact the original restaurant owner. Uh, I think the name of the place looks Red Bear's Family Diner or something like that. Closed for years, though. I doubt we'll be able to track anybody down. Uh, we'll just get through one more night. Uh, hang in there. Good night. Gute Nacht. Dankeschön. Hm. Uh, der hat Hedi ist nähergekommen. Oh, da kommt Foxy anscheinend jetzt auch noch dazu. Ah. Ach. Und Herr Teddy kommt dann, dann... Kann es nur spannend werden. Ich will von dir kein Hai hören. Was soll denn das? Nächst, ich will ein Hai von dir? No, ein... Ist ja nur unverschämte Tier, ein Hai. Eeey. Eeey. Nicht sooo... Oh, ho, 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 ho. Guter Blick, ey. Oh, nein, aber nicht gut mehr. Oh, nein, du, 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 du bist ganz böse, du sein ganz böse. Woa. Nein, verdammt! Okay, das ist nur zu spät. Ich wusste es. Ich hab's schon geahnt. Ich hab's geahnt, dass es zu spät war. Ich hab schon geahnt. Verdammt! Ich hab's gewusst, dass es zu spät war. Okay, gleich noch eine Runde. Wir geben so leicht nicht auf. Doch, Mann, so. Menno. Okay, wir muten den Typen gleich. Weil wir haben ihn ja schon gehört. Und immer wieder. Jetzt ist er dann kritisch. Oder er kommt gar nicht. So kann's auch machen. Das wird... Amusant. Jetzt geht's gleich los. Oh, oh. Und da kommt Foxy. Da kommt Foxy. Da kommt Foxy. Ach, Foxy. Du machst es mir in diesem Leben nicht so leicht. Ist ja schon... Jetzt ist sie weg. Es kamen eben ziemlich viele da. Da konnte ich echt nicht mehr mithalten. Das waren ganz schön viele. Nach meinem Geschmack hier. Ich hatte keine Chancen. Dann kam noch die Musikbox. Und dann kam noch er. Und dann... ...wissen wir ja weiter. Dann sind wir gestorben. Oh, gerade ist es ziemlich ruhig. Ich sollte mich aber nicht so früh freuen. Ah, ich wusste es. Wer kommt? Wer kommt? Foxy? Oder wer kommt? Heil dich woanders. Ah, Foxy. Kein Heil. Ich brauch kein Heil von dir. Ich hab genügend. Oh, ich glaub Foxy geht weg. Ich glaub sie geht weg. Oh, er fährt. Er fährt. Oh nein. Oh Gott. Was war denn das? Das waren ja totale... Oh nein. Oh oh. Hier sieht... Oh. Oh vic... Wie? You... No 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 no. Oh no! Ich bin tot. Böse Ente! Oh nein! Oh, ich bin tot! Oh, das war bestimmt zu spät jetzt! Das war bestimmt zu spät jetzt! Doch nicht! Foxy steht immer noch da! Oh Gott! Oh Gott! Geh doch drauf! Zum Teufel! Da ist Herr Bär! Und Empty! Die wir den jetzt nicht gebrauchen können! Da ist immer noch Herr Bär! Können wir immer noch nicht gebrauchen! Oh Mann! Oh Mann! Hier geht ja echt die Party AP! Party! Oh, was ist das? Oh Gott! Oh Mann! Oh Gott! Was sind denn vor allem diese FPS-Einstütze? Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen! Besonders wenn hier so die Party abgeht! Oh! Oh Mann! Oh Gott! Ganz ruhig! Oh Gott! Oh Mann! Oh man, wir sind so nah! Oh, das war zu spät, das war zu spät, das war zu spät! Oh man, die waren schon bei 3 Uhr, kommt schon Leute! An die Ente habe ich jetzt echt nicht mehr Angst. Einmal geht noch. Dieses Mal schaffen wir es. Die sechsten, was will ich auch noch machen? Das wird spannend. Ich kriege ja jetzt schon ein Herz, Kaspar. Das wird noch spannend, Leute, das wird noch spannend. Ich nehme mal hoffen, dass ich jetzt diese FPS-Probleme nicht bekomme. Ich kann die echt nicht gebrauchen. Nix her! Oh, da kommt Foxy! Und wer kommt da in den Schichten? Du Balloonboy! Der Balloonboy kommt auch hier vorbei! Und der Teddy kommt auch hier vorbei! Boah, was ist das für eine Ehre! Ich habe immer Angst, wenn die da stehen. Ich habe immer Angst! Besonders, weil sie jederzeit hier vorbeikommen können. Und da habe ich keine... WTF! Gah! Okay, jetzt läuft es noch ganz rech... Ja dann, jetzt läuft es noch recht ruhig! Es... Oh, er... Oh! Okay! 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 Da kommt er! Da kommt Foxy! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Und der steht auch gleich vor uns! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Was muss man bei der machen? Ja, frage ich mich immer noch! Aber ich hoffe man kann die auch entdeckleuchten oder so! Kann ja sein! Oh okay! Du, ich sag's euch! Der ist nie weg hinterher! Aber was man bei der Ente macht... Man merkt nie wann die da ist! Oh oh! Der steht jetzt gleich vor uns! Okay! Nö! Die Ente ist da! Kommt schon! Fuck! Oh man! Fahr um! Ah! Mit Foxy! Noch nie! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Hier geht's richtig... Hier geht's richtig zur Sache Leute! Hier geht's richtig zur Sache! Die Sparsen die Schlange! Die Sparsen die Schlange! Oh man! Oh nein! Er ist wieder da! Komm schon! Oh man! Okay! 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 Der steht gleich vor uns! Nein! Die Ente steht gleich vor uns! Will noch jemand vor uns stehen? Sonderpreise! Kommt! Sonderpreise! Solange der Vorrat reicht Leute! Komm schon! Ah! Na! Na sie juckt! Oh Gott! Na sie juckt! Der! Aufziehen! 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 Komm schon! Ha! Nicht mit mir dieses Mal! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Foxy ist da! Foxy! Foxy ist da! Oh oh! Unsere Batterie ist leer! Unsere Batterie ist fast leer! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ist weg! Oh oh! Oh da ist! Oh man! Okay! Oh! Ich! Oh oh! Mann was nimmst du von mir! Ich hab schon wenig Batterie! Oh oh! Ja ich hab wenig Batterie! Habt recht! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Ah! Ah! Ich muss aufziehen! Mindestens mal bis zur Hälfte! Oh! 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 Nicht mit mir dieses Mal! Oh man! 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 Ich hab gedacht das wär zu spät gewesen! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Ich will von deinem Hai einfach nichts wissen. Oh man, Leute. Jetzt darf ich nicht mehr so viel rumspielen. Oh man. Oh Gott, der steht gleich vor uns. Ich weiß es einfach. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, der steht jetzt immer noch da. Foxy ist auch da. Komm an, Leute. Das will ich. Okay. Okay. Das schaffen wir hier, Leute. Wir haben es fast. Kommt schon. 5 Uhr, bis schon. Okay. Okay. Oh ja. Das war die 5. Oh mein Gott. Oh ja. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Ja. Oh Mann. Mein Herz pumpt jetzt schon, ey. Oh Gott, ey. Die 6. Nacht. Die versuchen wir im nächsten Part. Oh. Ich werde jetzt noch hier ein Herz schlagen. Uh, aber okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oh Gott. Ciao. Ciao. Vielen Dank.